Willkommen zurück zu einer Folge Star Wars The Old Republic. Eigentlich wollte ich jetzt, wenn ich ganz ehrlich sein soll, was anderes machen. Eigentlich würde ich jetzt neue A New Beginning Folgen aufnehmen. Das wäre so das, was ich eigentlich machen wollen würde. Aber momentan gibt es bei Star Wars The Old Republic doppeltes XP-Wochenende. Und das wiederum zeigt... Wartet, wenn ich es mal eingefangen kriege mit der Maus. Dann machen wir Mausempfindlichkeit runter. So, jetzt aber doch, oder? So. Blabla. 200% verbleibende Zeit. 68 Stunden. Ja. Entschuldigung, irgendwie. Frosch im Haus. Frosch im Haus. Jetzt müssen wir gerade gucken. Wir müssen... Hol dir Subsystem Zugangskarte. Dann... Was auch immer ein schöner Erfolg das hier war. Keine Ahnung. Vernichte so und so viel... Ähm... Roboter. Roboter ist das Wort, was ich suche. Entschuldigt, irgendwie... Hab ich doch extra vorher noch getrunken. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Mit sowas fängt man eigentlich die Aufnahme nicht an, aber gut. Subsystem... Allerdings, vielleicht sollten wir noch mal gucken, was ist unsere Aufgabe. Hol dir die Subsystem... SID-Agent San Loren hat dich gebeten, den legendären Jedi Arkodomi und die anderen Kriegsgefangenen aus der Schattenstadt zu befreien. Der Sicherheitszugangscode der Schattenstadt ist in Fragmente geteilt und wird alle paar Minuten geändert. Um Arkodomi zu befreien, musst du den kompletten Zugangscode von den Wärtern besorgen und ihren Agent Loren geben, bevor er sich ändert. Besorge die Zugangscodes von Ober-, Sicherheits- und Subsystemwärtern außerhalb von Lager 27 in der Schattenstadt. Subsystemwärter. Na, toll. Ist das hier? Nein, Gefangener. Gefängniswache. Heißt der aus Subsystemwärter? Das wäre natürlich praktisch, aber ich befürchte, nein. Oberwärter, der hilft mir nicht, glaube ich. Oberwärter. Ne, wir versuchen uns doch nochmal mit dem Oberwärter. Ja. Schade. Ja, da hängt auch ein Wärter. Gefängniswache nur. Das stimmt nichts. Keine Ahnung. Was ist das? Beinahe das Maximum erreicht. Ich sollte mal ein paar Planeten-Ding-Pumps verwenden, um neue Sachen zu kaufen. Hier, Planeten-Auszeichnungsteile. Oh Mann. Das tut mir so leid. Dort hatte ich nicht so geplant. Mit dem Frosch in der Hals. Vielleicht da oben? Ach komm. Oh, 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 oh. 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 Das sind alles Gefängnisfache, Gefängnisfachmann. Gibt es da irgendwie Sicherheitswerte? Na, versuchen wir da doch mal unser. Das können wir mal probieren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und wie habe ich da langsam keinen Bock mehr drauf? Ich will doch nur, dass es... Meine Güte, ist doch nicht so schwer, den Satz zu finden, oder? Jetzt sind wir hier schon acht Minuten am rumdaddeln, ohne weiterzukommen. Komm schon. Nein, Oberwärter. Ein Oberwärter, Oberwärter. Hier ist noch ein Oberwärter, oder? Wenn es der nicht ist, dann müssen wir nochmal gucken, wo wir noch einen Oberwärter finden. Der auch nicht. Gut. Wo haben wir noch einen Oberwärter? Dann gehen wir mal hier weg. Ich muss hier nicht gleich die Drohne uns wiederfinden. So ein Mist. Oberwärter. Wo sind sie, Mr. Oberwärter? Mr. Main. Was heißt denn, der Wärter? Keine Ahnung, fällt mir gar nicht ein. Da ist noch ein Oberwärter. Auch nicht. Gut. Oder fiel mir eigentlich nicht so gut. Ähm... Wir insightful's Wish, Ich weiß, dass wir uns wiederונים halten. Auch nicht noch so gut. Auch nicht. Wir wissen, was es mir wiederkommen will. Es ist mehr so gut dasselbe. Y us know, ich kann ein Wiedererlegen. Und dann haben wir nämlich noch mal weiter Dominik Schatz. Das heißt, dass wir einen multitude ist, flockstırゃ und ohne Daten. Sell eine Schlussstrategie. Tja... Ah, alles klar. Endlich ein Subsystem-Werther. So, einmal aufladen und dann haben wir endlich den Subsystem-Werther und damit hoffentlich auch den Subsystem-Schlüssel. So, kehre zu Agent Zen-Loren zurück. Das machen wir sofort, wenn wir die Kiste geplündert haben. Zeugs. Ah, da hinten ist der. Gut. Vom Gletsch auf zu Agent Zen-Loren. Gut, gut. Endlich, ey. Da hatte ich auch... Äh, vielleicht jetzt. Gut. Gut, das ist das. Das ist weiter da vorne, links, ja, ne? Gut, dann gehen wir vorne links lang. Wir bringen Zen-Loren diesen blünen Schlüssel. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder hierher zurück, um den Jedi zu befreien. irgendwas mit A. Ja, fragt mich, die Akita, Jordan, Jordan, Akita, keine Ahnung. Wir könnten gucken, aber... Ich laufe in die falsche Richtung. Das ist äußerst schade. In die falsche Richtung zu laufen führt niemals zum Ziel. Naja, wenn man lange genug in die falsche Richtung läuft, vielleicht schon. Aber gut. Ach, nö. Genau, friss das Lichtschwert. Naja. Vielleicht wird man dann schnell einen Stufenaufstieg kriegen. Wäre ja auch nicht verkehrt. Hier ist richtig, ne? Hier und dann dort hinten links. Tja. Dieser Schluss liegt nah, ne? Gut. Ich habe die Codes. In Ordnung. Lasst mich sie scannen. Wenn das nicht funktioniert, haben unsere Techniker das nächste Mal wenigstens einen Startpunkt. Bis zum Abend wird Lager 27 Geschichte sein. Hoffentlich habt ihr damit recht. Die Codes werden nicht mehr lange gültig sein. Beeilt euch und benutzt sie, um reinzukommen. Verschafft euch Zugang zur Sicherheitskonsole und sagt mir, wenn ihr drinnen seid. Wenn euch alles gelingt, werdet ihr einen echten Helden der Republik befreien. Na gut. Schauen wir mal. Was will die? Irgend so eine Gruppenmission? Dann habe ich da kein Buch. Schauen wir mal an. Hm. Hmm. Sklavenhändler auszuspionieren ist gefährlich. Razjonotofu. Zaka-zag-ur-ge-lu-qual-kun-kass-ur-tum-ur-nula-uma-u-ma-u-wa-ta-mal-e-subur-zu-gu-zu-gu-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u-zum-u. Tja. Wollt ihr Kessler nicht befreien? Gut, ich würde sagen, ob wir ihm das wirklich erzählen oder nicht, seht ihr erst in der nächsten Folge. Aber ich hoffe, ihr schaltet dann auch für die nächste Folge ein. Wie gesagt, ich versuche mal hier ein paar Folgen aufzunehmen und noch ein bisschen Doppelt-XP-Wochenende oder was weiß ich, Doppelt-XP-Woche, wobei wie gesagt jetzt hier am Samstag, das ist nur noch zwei Tage, auszunutzen und würde sagen, ja, genau, nutze das jetzt noch ein bisschen aus. Werde aber versuchen nachher noch ein paar Folgen von A New Beginning aufzunehmen und diese Folgen hier von angespielt, mitgespielt Star Wars The World Republic kommen dann unabhängig, würde ich sagen, von A New Beginning. Ja, würde ich sagen, so machen wir das. Deshalb, bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Vielen Dank.